sag mal was in die kamera wo wir sind und was wir heute machen wieso soll ausgerechnet dafür bist du zuständig du wirst den leuten auch noch erklären können dass wir hier in der höhe von karl mutterberg sind allerdings ist er auf der anderen seite das glaube ich da da sieht man noch nichts da unten ist kaum und da ist ein teil des bergschadensgebiets so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mein persönlicher Schadensgebiet, das bist du. Da arbeite ich noch dran, aber ich befürchte, das bekomme ich nicht mehr in den Griff. Willst du gucken, ob du ein Pokémon hier fängst? Nein. Da ist eins.